Diese Santosh Didi aus Russland, Grüße des Lichtes und der Kraft an alle göttlichen Studenten. Wir haben schon die heutige Lektion gehört vom Allmächtigen Baba, dem Lehrer, darüber, wie wichtig es ist, die Sinnesorgane zu beherrschen und wie wichtig es jetzt ist, unsere Handlungen von Unreinheit zu befreien, um nach Hause zurückreisen zu können. So in diesem Zusammenhang möchte ich austauschen, welche tiefe Realisation ich hatte, als ich Baba zu Anfang gesehen habe und getroffen habe. Und ich konnte wirklich sehen, dass mein ganzes Leben, meine ganze Aufmerksamkeit jetzt auf einem liegt, zum Allmächtigen Gott. Das Gefühl war, dass Baba meiner ist und ein und alles. Er gehört zu mir und ich gehöre zu ihm. Und dann kam ein kleiner Gedanke. Okay, Brahmababa hat alles Gott hingegeben und Gott hat sein Fahrzeug voll benutzt. Und jetzt benutzt er Dadis Fahrzeug. Sehr gut. So, eine reiche Person hat nicht nur ein oder zwei Autos. Ein Multimillionär hat verschiedene Vehikel, verschiedene Autos, Flugzeug. Und sein Lieblingsfahrzeug ist immer vorne auf der Liste. So, und zwar klar, diese beiden Autos, die er benutzte, die meiste Zeit als bevorzugte. Und dann kam der Gedanke, ich sollte auch, ich sollte auch mein Auto sehr sauber halten. Und dann kann ich es auch in seine Liste tun. Und natürlich, bevor ich es ihm anbiete, muss ich es sicherlich sehr rein und sauber halten. Also, was ist das Nächste? Vor Baba pflegte ich lange Zeit, vor dem Fernseher zu sitzen. Von einem Kanal zum anderen. Dies Programm, jenes Programm oder Serien. Und ich habe alle Arten an Büchern gelesen. Aber jetzt, da ich diese Fenster reinigen muss, also die Augen, dann kam der Gedanke, ich muss bei den Augen beginnen. Also erst der Geist und dann die Augen, diese beiden. Also da beginnt die Reinigung. Und dann geht es weiter zum Mund und zu den Ohren. Dafür habe ich mich entschieden. Dann hat sie sich Babas Worte ins Gedächtnis gerufen, die bedeuten, Kinder, den Geist zu besiegen, ist die Basis, das Fundament. Also wenn ich den Geist beherrsche, beherrsche ich alles andere. Das ist genauso, wie man ein wildes Pferd zähmen möchte, dann muss man es zähmen, wenn man es beherrschen möchte. Also der leichteste Weg, es zu zähmen, ist liebevoll, mit ihm zu arbeiten und es zu säubern. Und es ist auch wichtig, die Fenster dieses Autos zu säubern, weil die Augen sind wunderbar in den spirituellen Bemühungen. Das beste Geschenk, was die Seele mit der Welt teilen kann. Liebe, Frieden, Glück, Hoffnung, Klarheit. Dies können wir alles im Überfluss teilen durch unseren Blick, durch dieses Fenster, durch diese Fenster. Und zur gleichen Zeit ist es ebenso wahr, dass auch die schlimmsten Dinge von außen kommen können, was ich durch die Augen aufnehme. Also jeden Tag, bevor ich zum Schlafen gehe, gehe ich nochmal durch alle Erfahrungen des Tages durch. Auf welche Art habe ich meine Augen benutzt? Jeden Tag. Das habe ich ein Jahr lang nur für die Augen gemacht. Und das nächste Jahr dann für den Mund und dann ein Jahr für die Ohren. Jeden Tag, einfach indem ich mir Fragen stellte. Ich habe die Sinnesorgane gefragt, so als ob ich sie prüfe, als ob ich die Sinnesorgane prüfe. Und sie konnte sehr klar die Bedeutung sehen, wie wichtig Chartschreiben ist. Tag für Tag nach innen zu gehen. So jetzt war es klar und die gesamte Essenz davon war, bewusst zu werden. Das Widerstand und Kampf, so wie wir das vor dem Gian gemacht haben, dass das keine Lösung gibt. Oh, da ist etwas Gutes, das darf ich jetzt nicht sehen. Oh, da gibt es jetzt was Schmackhaftes, jetzt schließe ich meinen Mund. Nein, so funktioniert das nicht. Nur dadurch, dass du deinen eigenen Wert verstehst. Und dann musst du zwei Wächter anstellen oder mehrere, um vor den Türen zu stehen. Weil ohne Wächter kann ein Dieb kommen und euch berühren, euch angreifen und kann all eure Schätze stehlen. Zuerst die Reinheit. Also man stellt fünf Wächter ein, um mich selbst, den wunderbarsten Schatz, sehr reinzuhalten. Also falsche Gewohnheiten, die auch als sündhaftes Karma beschrieben werden in der spirituellen Sprache, stoppt das, indem ihr einfach den Inhalt des Seins verändert. Früher war es ich, ganz für mich selbst, ein Individualist. Und jetzt ist Baba der Fahrer in Babas Auto. Es bin nicht ich, sondern Baba ist der Fahrer. Er ist verantwortlich für diesen Besitz. Also ein Brahma-Kumar oder Kumari zu sein oder in den Zentren zu sein, heißt nicht nur gut zu sein oder mit Gott zu sein. Es bedeutet auch, ihn zu lieben und auch jeden anderen zu lieben, die Gott auch liebt. Und natürlich war es nicht immer so leicht, aus ganz verschiedenen Gründen. Also er selbst bringt mir bei, wie ich dieses Fahrzeug lenke. Und ohne dem entwickle ich nicht die Kompetenz, mit anderen zu leben, mit meinen Brüdern und Schwestern. Und er weiß es. Alle dann und wann gibt es auch einen kleinen Unfall über die Augen, den Mund, Ohren und so. Also reine Sinnesorgane bedeutet klare und schnelle Momente. Ein beständiges Leben. So wie werdet ihr zu wissen bekommen, ob die Augen, Nase, Mund, Ohr, ob die jetzt schon rein genug sind. Ihr könnt es erkennen, indem ihr jeden Tag mehr von Gott benutzt werdet. Dann könnt ihr sicher sein, dass ihr rein werdet. Wir sind rein genug geworden. Wenn ihr weniger benutzt werdet, seid ihr nutzlos. Und deswegen die Reinheit der Sinnesorgane ist das Fundament, die Basis unseres allokig-spirituellen Lebens. Om Shanti Und deswegen wird es einfach in derлекte halten. So wie war es passiert ist das believe. So wie war es Abraham?